Go Buster! Jetzt wirft Buster einen Schneeball. Ups, Entschuldigung, Scout. Es macht so viel Spaß, mit neuen Freunden zu spielen. Jetzt hat Buster eine Schneerampe gebaut. Ich frag mich, was er vorhat. Brumm! Buster macht einen Riesensatz. Jetzt ist Baby Rentier dran. Wusch! Jetzt, Scout. Ups, Entschuldigung, Buster. Aber wo ist Baby Rentier hin? Sie folgen den Fußstapfen. Da! Er hat Verstecken gespielt. Wo geht Scout hin? Ein großer Haufen Schnee. Oh, sieh! Da ist Scout. Wow! Mehr Rentierfußstapfen, nur größere. Ich frag mich, wo die hinführen. Ich glaube, die Freunde werden ihnen folgen. Die Spuren winden sich durch all die Bäume. Schau! Da sind Mama und Papa Rentier. Sie sind so glücklich, dass sie Baby gefunden haben. Baby Rentier hatte so viel Spaß, mit Buster und Scout zu spielen. Aber jetzt ist es Zeit, Tschüss zu sagen. Tschüss, Baby Rentier. Bis bald! Wow, Buster! Sieh dir mal diesen roten Luftballon an. Warum versuchst du nicht, ihn zu fangen? Das war ein guter Versuch, Buster. Aber leider fliegt er weiter. Oh, Buster sieht traurig aus. Hey, kleines Rotkehlchen. Vielleicht kannst du helfen, den roten Ballon zu fangen. Geschafft! Danke, Robin. Der Ballon sieht toll aus, Buster. Oh, seht mal, da ist noch einer. Dieser ist grün. Schnell, Robin, und fang ihn. Gut gemacht. Jetzt hast du zwei Ballons, Buster. Wow, seht euch nur all die bunten Ballons an. Du weißt, was du zu tun hast, Robin. Haha, Buster! Die Ballons lassen dich ja schweben. Robin kann Buster nicht mehr sehen. Da oben ist er, Robin. Buster kann fliegen. Es ist in Ordnung, Buster. Hab keine Angst. Schau dir doch nur die tolle Aussicht an. Terry hat keine Ahnung, woher das Hupen kommt. Hier oben, Terry. Ist das ein Vogel? Ein Flugzeug? Nein, es ist Buster der Bus. So was sieht man wirklich nicht alle Tage. Oh, Buster. So langsam schwebst du aber ziemlich hoch hinaus. Terry sieht da unten schon ganz klein aus. Ich glaube, so langsam fürchtet sich Buster. Du willst ja nicht bis ins All fliegen, Buster. Robin, du musst ihm helfen. Tolle Idee. Wenn du die Ballons zerplatzt, dann wird Buster hoffentlich langsam nach unten sinken. Oh nein, Buster fährt jetzt ziemlich schnell. Das ist in Ordnung, Buster. Gleich bist du unten. Noch ein paar mehr Ballons, Robin. Und Landung. Buster ist froh, wieder auf festem Boden zu stehen. Ich glaube, wir sollten das Fliegen in der Zukunft Robin überlassen, Buster. Oh, wohin fliegt Robin denn? Noch ein Ballon? Ich glaube, Buster hat heute erstmal genug von Luftballons. Mach's gut, Buster. Mach's gut, Robin. Kommt herbei und hört das Märchen von Buster, dem Zauberer. Hier kommt Buster, der Bus. Er fährt wohl durch einen verwunschenen Wald. Aber halt, was ist das am Wegrand? Ich glaube, es ist ein Zauberbuch. Wow, Buster kann es verwenden, um zu zaubern. Schau mal, das sind Scout, Terry und Jessie auf dem Stadtplatz. Ich glaube, Buster wird versuchen, ein paar Zaubersprüche auszuprobieren. Mal sehen. Wow, ein Zauberhut. Buster zaubert wirklich. Ich frage mich, welchen Zauber Buster verwenden kann, um Terry zu helfen. Abracadabra. Wow. Buster hat die Pflanzen wachsen lassen. Gute Arbeit, Zauberer Buster. Was für andere Zauber sind im Zauberbuch? Der Bienenzauber? Oh, schau. Buster hat Scout in eine Biene verwandelt. Es macht ihr so viel Spaß, herumzufliegen. Ich glaube, Jessie will auch fliegen. Was für Zauber gibt es dafür? Seifenblasen? Seifenblasen? Cool. Jessie schwebt in einer Seifenblase. Gute Arbeit, Zauberer Buster. Oh, schau, er ist sehr schläfrig. Zeit für ein Nickerchen, Buster. Oh, ich glaube, irgendwas ist schiefgegangen. Die Magie ist außer Kontrolle. Schnell, Buster. Du musst alles wieder zum Alten zurückkehren. Beeil dich, Buster. Puh, alle Zauberer sind umgekehrt. Aber ich glaube, Busters Freunde sind nicht sehr zufrieden mit ihm. Buster legt das Zauberbuch zurück, wo er es gefunden hat. Das ist vermutlich besser so. Und das ist das Ende des Märchens von Buster, dem Zauberer. Danke fürs Zuhören. Der Gans mit Schlamm vollgespritzt. Du hattest wohl viel Spaß dabei, durch die Pfützen zu planchen. Ich glaube, Buster muss gewaschen werden. Ob er wohl auch so denkt? Hier kommt der Stadtbus. Oh nein, er ist nicht gerade erfreut, als er sieht, wie schmutzig Buster ist. Ich glaube, Buster hat endlich begriffen, wie ungepflegt er aussieht. Das stimmt, Buster. Du bist vollkommen mit Schlamm bedeckt. Ist das ein Schild für eine Waschanlage? Gute Idee, Buster. Roll hinein und mach dich gründlich sauber. Armer Buster. Er hat zu viel Angst, hineinzugehen. Es sieht auch ein bisschen zum Fürchten aus, stimmt's? Komm schon, Buster, du schaffst das. Du musst gründlich sauber gemacht werden. Er geht rein. Buster ist wirklich sehr mutig. Eins, zwei, drei. Oh nein, du hattest es schon beinahe geschafft, Buster. Oh, oh, er klingt sehr ungeduldig. Buster, tief durchatmen, du schaffst das. Aber diese Geräusche machen mir Angst. Komm schon, Buster, du kannst das. Gleich ist es geschafft. Auf die Plätze, fertig, los. Ja, du bist drin, Buster. Das kitzelt, aber so schlimm ist das doch nicht. Und da kommt er wieder raus. Das war doch gar nicht schlimm, oder, Buster? Jetzt bist du glitzeblank. Gut siehst du aus. Wow, gut gemacht, Buster. Nun bist du wieder schön sauber. Die Waschanlage ist doch gar nicht so schlimm. Mach's gut, Buster. Mal, da ist Buster, unser gelber Lieblingsbus. Aber Moment mal, du siehst nicht so strahlend und gelb aus wie sonst. Oh, Buster, ich glaube, du brauchst neue Farbe. Du siehst ein bisschen heruntergekommen aus. Tolle Idee. Eine Fahrt in die Lackiererei wird es richten. Dieser Kunde sieht sehr zufrieden aus. Buster kann es kaum erwarten, einen neuen gelben Farbanstrich zu bekommen. Bald wird er wieder wie neu aussehen. Huh, was war denn das? Du hast dich erschrocken, was, Buster? Oh nein, Buster hat die Farbdosen verwechselt. Ich glaube nicht, dass er es gemerkt hat. Ob das wohl die richtige Farbe sein wird? Los geht's, Buster. Ein schöner neuer Anstrich in gelb. Oh nein, das ist kein gelb. Buster hat mit roter Farbe gesprüht. Ich glaube, er hat es noch gar nicht bemerkt. Sieh dich doch nur an, Buster. Du bist ein roter Bus. Schnell, wieder zurück in die Lackiererei. Oh nein, du hast alle Farben umgestoßen. Woher willst du denn jetzt wissen, welche Farbe welche ist? Dann mal los. Oh nein, das stimmt aber nicht. Buster ist nun blau. Jessie sieht sehr erstaunt aus. Das ist, weil du blau aussiehst, Buster. Vielleicht klappt es ja dieses Mal mit der gelben Farbe. Hm, nein, noch immer kein gelb. Jetzt ist Buster grün. Tony ist schon ganz verwirrt. Noch nie hat der Buster den Bus grün erlebt. Vielleicht hat er beim vierten Mal Glück. Mach die Augen zu und wünsche dir gelb, Buster. Oh nein. Jessie und Scout erkennen dich noch immer nicht, Buster. Buster ist jetzt pink. Warte, Buster. So geht es doch auch nicht. Buster, der Regenbogelbus. Ich glaube nicht, dass Robin das gut findet. Welche Farbdose soll er nun auswählen? Eine von denen muss doch gelb sein. Der Moment der Wahrheit. Puh, jetzt haben wir es geschafft. Das ist Buster, der Bus, wie wir ihn kennen, mit einer glänzend neuen gelben Farbschicht. Das war ja ein richtig buntes A- Buster, der Bus, wie wir ihn kennen, mit einer glänzend neuen gelben Farbschicht. Buster fuhr mal zur Schule, auf dem Weg brach er die Glie. Sie lachten zusammen, als sie raten. Aber etwas hat sie abgehalten. Ein Küken stand mitten auf der Straße. Es hatte Angst, da stand es alleine. Mama Ente kam dann zum Behüden. Alle Enten überquerten da. Ein kleines Entlein riss sich los. Drei andere folgen kurios. Buster und die Glykanen helfen, damit sie sich erüberqueren. Buster und die Glykanen planen, damit der Verkehr wieder fahren kann. Mit Farben und Schildern bereit, denn die Enten sicher jederzeit. Buster und Schildern bereit, denn die Glykanen sind ein Typen. Buster und Schildern entzündet. Hallo, Buster. Oh, wow, ein Fußball. Sieh, da ist Scout. Sie möchte spielen. Toller Schuss, Buster. Gut gemacht, Scout. Wer fährt da die Straße entlang? Es ist Tony, der Truck. Oh nein, Buster, vorsichtig, wo du den Ball hinschießt. Pass auf Tony auf. Autsch, das muss wehtun. Ich hoffe, Tony ist okay. Buster, du musst vorsichtiger sein. Pass auf den Nagel auf. Oh nein, jetzt hat Buster ein Loch im Reifen. Sieh mal, Scout. Tony, der Truck braucht Hilfe. Ich weiß, wen wir brauchen. Hurra, Amber, der Krankenwagen. Gute Arbeit, Scout. Heute ist ein ereignisreicher Tag. Ich hoffe, dir geht's bald besser, Tony. Oh, Buster, das sieht schmerzhaft aus. Aber keine Sorge, es war ein Unfall. Tony ist jetzt in guten Händen und Amber wird bald zurück sein. Buster, sieh, da ist Amber. Jetzt bist du dran. Ab zur Werkstatt mit Buster. Aha. Oh, wow, Tony sieht gut aus. Buster bekommt einen neuen Reifen. Oh, 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 oh. Alles repariert. Wow. Oh, Buster, Unfälle passieren. Sei nächstes Mal vorsichtiger. Super Schuss, Buster. Oh nein, nicht noch mal. Buster ist jetzt vorsichtiger. Schau links. Schau rechts. Genau so geht es. Gut gemacht, Buster. Hierher, Buster. Ich glaube, Buster schläft schon wieder. Wo bist du, Buster? Sieh mal all die riesigen bunten Bälle und Spielzeuge. Sieht aus wie ein toller Ort für ein Abenteuer. Buster, lasst uns sehen, was Buster finden kann. Wow, sieh dir den Teddy an. Schau, wie groß der ist. Er sieht so weich und kuschelig aus. Genau, Buster, kuschele ihn. Er sieht so kuschelig aus. Oh nein, Buster. Was ist das für ein Geräusch? Eine riesige Kralle. Ich glaube, Buster ist in einem riesigen Greifautomaten. Buster, pass auf. Sie kommt auf dich zu. Los, Buster. Oh nein. Puh, Buster. Es war nur ein schlechter Traum. Sieh, da ist Scout. Es scheint, als wäre Buster noch etwas erschrocken. Aber du musst keine Angst haben, Buster. Schau, Buster. Scout möchte dir etwas zeigen. Was das wohl ist? Oh nein. Ein Greifautomat. Buster sieht verängstigt aus. Scout hat keine Angst davor. Vielleicht macht es ja Spaß. Keine Sorge, Buster. Scout ist bei dir. Schau, Buster. Es ist der Teddy. Versuch doch, ihn zu gewinnen. Na los, Buster. Sei mutig. Du schaffst das. Okay, Buster. Lasst uns den Teddy holen. Immer sagte, so sieht das gut aus. Okay, alles oder nichts. Hast du es bekommen? Was ist das? Das ist nicht der Teddy. Oh, es ist ein kleiner gelber Bus. Das Spielzeug sieht so aus wie du, Buster. Da lachen Scars und Buster. Buster hat seine Angst vor dem Greifautomaten überwunden. Hallo, Buster. Oh, wow. Sieh dir das an. Du bist im wilden Westen. Und schau dir deinen Cowboy-Hut an. Das muss der Sheriff sein mit seinem goldenen Stern. Oh, schau. Ein Lasso. Gute Arbeit, Buster. Jetzt bist du ein echter Cowboy. Da ist Terry. Zieh deinen Hut, um Hallo zu sagen. Terry scheint nicht beeindruckt zu sein. Warte. Das ist Bandit-Bus. Und was hat er auf seinem Rücken? Einen Beutel. Ich glaube, er hat den Süßwahnladen überfallen. Was für ein Bösewicht er ist. Du musst ihn aufhalten, Buster. Schnell, Buster. Er entkommt. Verfolge ihn. Wach auf, Sheriff. Da ist ein Räuber auf freiem Fuß. Sie rasen die Schienen entlang. Schneller, Buster. Du kannst Bandit nicht entkommen lassen. Wow, Bandit ist vor Suki den Zug gesprungen. Warte, bis der Zug vorbei ist und... Wo ist er hin? Oh nein, er fährt in die andere Richtung. Das war heimtückisch. Ihm nach, Buster. Bandit versucht, Buster im Kaktusfeld abzuschütteln. Vorsichtig, Buster. Die sind wirklich spitz. Du hast ihn fast erwischt. Pass auf. Bist du okay, Buster? Oh nein, der Kaktus hat deinen Reifen durchstochen. Bandit rast davon. Oh nein, mit einem Platten wirst du ihn nie fangen. Warte, natürlich. Das Lasso. Fang ihn da mit ein, Buster. Eins, zwei, drei, los. Großartig, du hast es geschafft. Du hast Bandit gefangen. Und da ist Sheriff Otis. Ich bin mir sicher, dass er sehr dankbar ist. So, jetzt ist Bandit im Gefängnis, wo er hingehört. Oh wow, du hast jetzt auch eine Polizeimarke. Sheriff Buster, wie toll. Wow, das war ja ein aufregender Traum. Frohe Fahrt, Buster. Ich frag mich, was Buster wohl gesehen hat. Ein Softplay-Bereich? Oh wow. Sieh mal, da bauen Scout und Digger eine Brücke. Da passt Scout perfekt drunter. Und was ist da drüben? Ich glaube, das ist ein Bällebad. Ja, das ist es. Na los, Buster. Worauf wartest du? Juhu. Toller Sprung, Buster. Oh, sieh mal. Da ist Billy der Bulldozer. Er springt auf den Pampolin. Sieht aus, als hätte er sehr großen Spaß. Wow, Digger. Das machst du super am Klettergerüst. Weiter suchen. Ich frag mich, warum Billy all die Formen herumschiebt. Oh, damit Digger darauf landen kann. Tolle Landung, Digger. Oh, Scout sei vorsichtig. Das sieht schwierig zu balancieren aus. Oh wow, Scout. Du bist ein Pro. Auf die Plätze. Fertig. Los. Wer wird gewinnen? Das ist so knapp. Scout wird Erste. Gut gemacht, Scout. Vielleicht gewinnst du nächstes Mal, Buster. Das sah nach viel Spaß aus. Ich glaube, Digger möchte Verstecken spielen. Gute Idee. Okay, Buster. Fang an zu zählen, während die anderen sich verstecken. Oh, gute Idee, Scout und Billy. Das ist ein super Versteck. Digger geht sich im Bällebad verstecken. Und Billy oben auf der Rutsche. Alles muss versteckt sein. Kannst du deine Freunde finden, Buster? Wo können sie nur sein? Hm, gar nicht. Keine Sorge, Buster. Du wirst sie finden. Du musst nur weitersuchen. Da ist Billy. Gut gefunden, Buster. Nur zwei übrig. Das sieht komisch aus. Oh, da ist Scout. Gut gemacht. Nur noch einen. Lass uns im Bällebad nachsehen. Oh, Digger. Super Versteck. Hallo, Buster. Sieht so aus, als hättest du viel Spaß dabei, durch die Pfützen zu planschen. Haha, du bist vollkommen mit Schlamm bespritzt. Und wer ist denn das? Es ist Terry Traktor. Er passt ein bisschen besser auf als Buster. Buster hat so viel Spaß dabei, durch die Pfützen zu rasen. Oh nein, er fährt direkt auf Terry Traktor zu. Uff, noch mal Glück gehabt. Pass auf, Buster. Diese Pfützen können dich ins Rutschen bringen. Oh nein, Terry Traktor ist nicht begeistert von Busters Tun. Und wieder geht es los. Pass auf, wo du hinfährst, Buster. Pass auf. Oh nein, Buster steckt fest. Törichter Buster. Was soll er jetzt bloß tun? Die Sonne geht unter und es wird dunkel. Ich hoffe, mit Buster wird alles gut. Da schaut alle her. Es ist Terry Traktor. Er ist gekommen, um zu helfen. Sehr begeistert sieht er allerdings nicht aus. Bitte hilf, Buster, Terry. Er braucht nur einmal angeschützt zu werden. Ob er es schafft. Eins, zwei und fertig. Hurra. Danke, Terry. Oh, Buster. Zum Glück war Terry Traktor da, um zu helfen. Mach's gut, Terry. Mach's gut, Buster. Hey, Buster. Oh, du siehst ein bisschen müde aus. Buster ist eingeschlafen. Aber was ist denn das? Barthaare? Eine Stupsnase? Und Ohren? Es ist Buster der Osterhase. Gut schaust du aus. Ich glaube, er mag sein neues Stumm-Schatz. Wohin er wohl nicht fährt? Osterhasenaufträge erledigen. Hoffe ich doch. Oh, was ist denn das? Auf dieser Seite des Hütters befindet sich ein Hasenbau. Ich frage mich, wohin dieser Tunnel wohl führt. Da kommt er auf der anderen Seite wieder heraus. Oh, seht mal. Terry Traktor macht ein Schläfchen. Wow. Buster der Osterhase hat Terry ein buntes Osterei geschenkt. Und weiter geht's, um noch mehr Osterfreude zu verbreiten. Ich frage mich, wohin dieser Tunnel wohl führt. Hierher, Busterhäschen. Robin schläft tief und fest. Es ist an der Zeit, noch ein Osterei zu verschenken. Dieses ist für Robin, wenn sie wieder aufwacht. Und weiter geht's einen anderen Tunnel entlang. Wer ist denn das? Es ist Jessie Cheap. Ach, sie schläft. Buster der Osterhase schenkt auch ihr ein Ei, das sie beim Aufwachen finden wird. Buster der Osterhase hat ja so viel zu tun. All diese Eier verzeihen sich nicht von selbst. Ich frage mich, für wen Busterhäschen wohl noch Eier hat. Da ist Digger der Bagger. Sei leise, Buster. Und versuch ihn nicht aufzuwecken. Da ist ja ein Ei in Diggers Schaufel. Gute Idee, Busterhäschen. Oh weh. Ich glaube, Buster der Osterhase ist ein wenig müde. Aufwachen, Buster. Oh Busterhäschen, das war alles nur ein Traum. Wie schade, dass all die Eier nicht echt waren. Aber was ist denn das? Es ist ein Osterei. Oh toll, der echte Osterhase hat ein Ei für Buster dagelassen. Was hat der klinige Bus nur für ein Glück? Hallo Buster, das ist ja eine hübsche Blume. Was für ein schöner, sonniger Tag es ist. Buster ist heute sehr glücklich. Und schau mal da, ein toller, saftiger, roter Apfel. Beeil dich, Buster. Sonst kommst du zu spät zur Schule. Der Unterricht hat schon angefangen. Schnell. Oh je, ich glaube nicht, dass der Lehrer es gut findet, dass du zu spät bist, Buster. Pass jetzt gut im Unterricht auf. Sieht aus, als solltest du heute durch die Hütchen fahren. Hier kommt Robin. Aufpassen, Buster. Lass dich nicht ablenken. Oh je, der Lehrer sieht gar nicht glücklich aus. Es ist Zeit, durch die Hütchen zu fahren. Der Orange Bus fährt zuerst. Ruhig und langsam, so geht's. Der Lehrer scheint zufrieden. Jetzt bist du dran, Buster. Viel Glück. Oh, langsamer Buster. Du fährst die Hütchen um. Versuche zwischen den Hütchen zu bleiben. Oh je. Das ist nicht, was du machen solltest. Das hast du nun vom Herumrasen. Der Lehrer ist sehr enttäuscht. Die Schule ist zu Ende. Es ist Zeit, nach Hause zu gehen. Ich glaube, Buster ist traurig, weil er im Unterricht nicht das gemacht hat, was ihm gesagt wurde. Vielleicht sollte er sich beim Lehrer entschuldigen. Der Lehrer sieht sehr müde aus. Es war für ihn auch ein langer Tag. Ich glaube, er könnte etwas Aufheiterung gebrauchen. Was könntest du nur? Der Apfel. Super Idee, Buster. Das ist sehr lieb von dir. Und du hast den Lehrer aufgemuntert. Komm schon, Buster. Du schaffst das jetzt. Ruhig und langsam. Genau. Du konzentrierst dich und machst es richtig toll, Buster. Du hast es geschafft. Gute Arbeit, Buster. Super gemacht. Die Räder am Bus drehen sich im Kreis, sich im Kreis, sich im Kreis. Die Räder am Bus drehen sich im Kreis, egal wo man ist. Die Scheibenwischer machen Wisch, 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 Wisch. Die Scheibenwischer machen wisch-wisch-wisch, egal wo man ist. Die Hupe am Bus macht tut-tut-tut, tut-tut-tut, tut-tut-tut. Die Hupe am Bus macht tut-tut-tut, egal wo man ist. Der Motor im Bus macht brumm-brumm-brumm, brumm-brumm-brumm, brumm-brumm-brumm. Der Motor im Bus macht Pum, 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 egal wo man ist. Der Umhang am Bus macht Rausch, 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 Rausch. Der Umhang am Bus macht Rausch, 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 egal wo man ist. Die Laser am Bus macht ein Piu, 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 Piu. Die Laser am Bus marschern Piu, 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 egal wo man ist. Die Freunde im Bus sagen HEP, HURRA! HEP, HURRA! HEP, HURRA! Die Freunde im Bus sagen HEP, HURRA! Egal wo man ist. Hallo, Tony Lieferwagen. Tony scheint nicht auf die Straße zu achten. Oh, seht mal, da ist Frankie der Frosch. Er ist gekommen, um Hallo zu sagen. Pass auf, Tony. Puh, das war knapp. Oh nein, es sieht so aus, als hätte Tony ein paar Pakete verloren. Du musst nächstes Mal besser aufpassen, Frankie. Beinahe hätte Tony dich überfahren. So ein frecher Frosch. Seht mal, Tony hat einiges von seiner Fracht verloren. Das sieht aus wie eine Flasche mit Schaumbart. Sieht so aus, als ob Frankie eine tolle Idee hätte. Haha, seht ihn euch an. Wohin rollst du dich denn jetzt? Aus der Flasche steigen Seifenblasen auf. Seht mal, da ist Buster der Bus. Ich glaube, Buster will sehen, wohin Frankie rollt. Da sind noch mehr Seifenblasen. Sieht so aus, als hättest du eine Schaumbrille auf, Buster. Hey, Scout. Warum kommst du nicht mit auf unser schaumiges Abenteuer? Scout will in den Seifenblasen spielen. Überall sind welche. Oh, ich mag deinen Hut, Scout. Du siehst witzig aus mit deinem Schnurrbart, Buster. Sieht so aus, als wäre Frankie zum See unterwegs. Ich glaube, dieser freche Frosch hat eine Idee. Da rollt er in den See. Seht ihn euch an. Überall Seifenblasen. Wow, er hat uns ein Schaumbad gemacht. Seht doch nur all die Seifenblasen blubbern. Na los, Buster und Scout. Springt rein. Sie haben so viel Spaß, in den Seifenblasen zu spielen. Sieht so aus, als sei Frankie der Seifenblasen-Kapitän des Seifenblasensees. Hier kommt Scout mit einem mächtigen Seifenblasen-Planscher. So viele Seifenblasen überall. Oh, wo ist Frankie denn jetzt? Dort ist er. Ich glaube, es ist nun Zeit zu gehen. Mach's gut, Frankie. Danke für das Seifenblasen-Abenteuer.